So. Aber jetzt. Wo sind denn die Bohnen? Was hast du mit den Bohnen gemacht? Welche Bohnen? Was ist das für eine Art? Habe ich dir schon mal eine Pfanne Bohnen weggefressen? Und sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Ich scheiß auf deine Bohnen. Ich steh nur auf Nudelkacke. Markier nicht den Unschuldspiepmatz, du Geier. Noch so ein Ding und ich rupf dir alle Federn einzeln aus und du gehst mit dem Stein um, Hals über Bord.